Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist gerade 8.41 Uhr am Freitag, den 13. August. Ich bin gerade aufgestanden, da ihr kennt ihn nicht anders, weil wieder Urlaub habe. Ich gehe so zum Briefkasten, hol die Tageszeitung raus. Und was finde ich da? Ein Umschlag. Ihr könnt euch sicherlich denken, was das ist. Eine Fanpost, richtig. Bitte im Video öffnen an RobinTV. Und genau, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich am frühen Morgen eure Fanpost öffne und dann, ich denke mal, was Schönes drin finde. Der Umschlag ist auf jetzt leer. Was finde ich? Zwei Kinderriegel. Das ist jetzt keine Produktplatzierung, da ich sie ja in der Fanpost befunden habe. Dankeschön dafür und einen kleinen Brief. Den möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Moin Moin Robin, hier sind die vier aus dem Schwimmer zu Grammsdorf. Wer sind deine größten Fans? Deine Videos, wo du den Spielmannzug filmst, sind immer super. Gerne sind deine Videos, deine Videos sind richtig cool. Dein Maskottchen Quietsche ist mega cool. Ein Kinderriegel für dich und einen für Quietsche. Ja, leider kann Quietsche nicht essen, da der Mund immer zu ist. Deswegen esse ich den. Also zwei für mich. Ja, liebe Grüße von Oliver. Gezeichnet Marvin, Kim und Lara. Danke, dass wir ein so cooles Foto mit dir machen durften. Bitte den Schwimmer zu Grammsdorf grüßen. Ja, denn bitte komme ich natürlich nach. Viele Grüße an den kompletten Schwimmer zu Grammsdorf. Wir sehen uns sicherlich am 9. September beim Kaiserschießen. Und ja, das Foto von den, die vier jungen Leute gesprochen haben, war in Heiden. Wir haben uns vor der großen Parade getroffen. Das Video findet ihr bei mir in der Playlist Schützenfest 2017. Ja, also, was ihr als Spielmannzug immer leistet, das ist schon top. Also so akkurat im Gleichschritt Marsch und mit so einem guten Tamboy Major habt ihr echt, also echt Glück. Ich verfolge den Spielmannzug jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich als eingesessener Ramsdorfer. Ja, das zu der Fanpost. Hier. Marvin, Kim und Lara. Das dürfte damit auch erledigt sein. Danke nochmal. Die kann ich heute ganz gut gebrauchen. Bisschen Nervennahrung, da ich heute noch ein bisschen was vor habe. Aber ihr kennt die nicht anders. Im zweiten Schritt möchte ich mich nochmal bedanken für die tolle Fanpost, die hier immer ankommt, bei mir zu Hause. Für alle Liker, Subscriber. Wir haben jetzt letzte Tage die 1200 Abonnenten erreicht. Das ist so eine große Zahl. Ja, ich habe schon fast so viele Abonnenten wie in Ramsdorf leben. Oder wie viele Einwohner in Ramsdorf? Ich weiß es gerade nicht. Aber 1200 Leute, die mich abonniert haben. Ich bin vor gut einem Jahr, eineinhalb Jahren angefangen. Und da habe ich mich gefreut über 10 Klicks, 10 Abonnenten. Und heute bin ich bei fast 350.000 Klicks und 1200 Abonnenten. Ihr seid echt der Hammer. Ich kann es echt nicht oft genug sagen. Weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich für meine Videos Abonnenten bekommen. Aber das soll es gewesen sein. Charmed V, euer Robin. Und ihr wisst es ja. Wenn ihr mir Fanpost schicken wollt, in der Kanalinfo steht meine noch jetzige Adresse. Warum ich noch jetzige Adresse sage, das erfahrt ihr in einem späteren Video. Lasst euch überraschen. Charmed V, euer Robin. Und ja. Tschüss.